Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Alex und wir sind in der dritten Folge des Let's Show Plays. Heute mal von einer ganz neuen Perspektive hier, die haben wir selten gesehen. Auf jeden Fall finde ich das hier mal relativ hübsch, da sieht man die ganze Breite unseres Spawngebietes. Da drüben haben wir unsere Witch Farm, die werden wir heute wahrscheinlich nicht fertigstellen. Auf jeden Fall können wir da wahrscheinlich nächste Folge ein bisschen mehr dran machen, weil wir heute ein wesentlich größeres Projekt, beziehungsweise glaube ich vergleichsweise ein vergleichsweise großes Projekt hier anfangen werden. Genau hier, wo wir gerade stehen. Wir werden hier eine Hostile Mob Farm bauen, also eine Farm für ganz normal Creeper, Zombies, Skelette und Spinnen. Das wird hier heute gebaut werden. Das wird später dann auch erweitert werden können, dass wir dann auch eine Sortiermaschine anbauen können und alles, was eben dazugehört. Und eine XP-Farm wird wahrscheinlich auch direkt dran anschließen. Das werde ich hier gerne bauen, also weil wir das heute auch gleich in Angriff nehmen. Ich habe da schon die gesamten Ressourcen dazu gesammelt. Das alles hier, die Comet Stone und auch den ganzen Stone hier, den wollen wir brauchen für Stone Bricks. Daraus sollen wir den größten Teil von der Farm hier bauen. Ja, das sollen wir auf jeden Fall heute machen. Das ist so der Hauptbestandteil. Und ansonsten habe ich auch noch etwas weiteres gemacht. Und zwar gehen wir dazu mal ein bisschen weiter hier rüber. Und zwar würden wir im Laufe der nächsten Folge und so weiter, wenn wir die Farm da drüben fertiggestellt haben und dadurch dann Zugang zu jeder Menge Gunpowder haben, das hier zu vervollständigen. Sieht, wir haben hier eine Schneise, die hier gerade die Welt in zwei Teile trennt. Wir werden auf jeden Fall alles, was in der Richtung da drüben ist, alles da drüben komplett wegsprengen. Mit jeder Menge TNT und harter Handarbeit, sage ich jetzt mal. Das wird alles wegkommen und wird alles auf das Level des Ozeans gebracht werden. Also das haben wir hier schon ausgegraben. Bis nach da unten wird alles weggekommen. Soweit zumindest der Plan. Es ist ja ehrgeizig, aber ich hoffe mal, dass wir das hinbekommen. Also alles, was wir zu unserer Linken gerade haben, wird komplett beseitigt. Alles links von diesem Spalt hier. Ja, hier ist die Grenze. Da geht das Ganze dann in die andere Richtung weiter. Ähm, ja, also ich habe es letztes Mal schon, letztes Mal schon angeschnitten. Jetzt komm, äh, wo kommen wir uns hier durch? Hier? Yes, da kommen wir durch. Äh, ich habe es letztes Mal schon angeschnitten mit den Spawn Chunks. Bzw. das heißt, angeschnitten. Wir haben es letztes Mal ausführlich erklärt, äh, dass wir praktisch diese Dreckklötze überall haben. Einen da drüben. Dann da hinten haben wir einen, da drüben haben wir einen. Und da drüben, wo wir gerade am Anfang gestanden sind, da ist der vierte Dreck, äh, Sollenklotzdinger. Und das sind jeweils die, die Enden, also die Kanten von den Spawn Chunks. Und alles, was eben hier in der Mitte ist, wird komplett beseitigt werden, sodass wir hier nur Wasser haben. Also auch diese ganze Waldtie wird wegkommen. Auch das wird wegkommen. Und hier wird nachher nur flache Landschaft sein mit Wasser. Wollen wir wahrscheinlich jede Menge Bäume pflanzen und hier mit Glowstone ausstatten, dass die bei Nacht dann wunderschön leuchten. Und dann können wir hier drin jede Menge verschiedene Farmen bauen, inklusive der Farmen, die wir heute hier bauen werden. Ähm, der Grund, warum wir es hier bauen, ist ganz einfach der, dass wir hier bereits Wasser haben. Das heißt, ich werde das Ganze ein bisschen auf Stützen bauen. Also das wird dann ungefähr hier so in der Höhe sein. Ähm, und natürlich weiß ich jetzt hier drüben nicht, wie ich das dann bauen soll, weil ich hier natürlich alles noch aussprengen muss. Das möchte ich natürlich nicht machen, bevor ich nicht diese Farm habe, weil ich davon jede Menge Gunporter bekommen kann. Und deswegen werden wir das genau hier bauen. Und ich glaube, ich lege jetzt direkt mal los. Wenn es was, ähm, wenn es ein Update gibt, also dass wir hier einen gewissen Fortschritt sehen, dann werde ich, ähm, euch wieder einschalten, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, ich lege jetzt einfach mal los und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, kurze Status-Update. Wir sind jetzt hier oben auf dem sehr heikel aussehenden Konstrukt hier. Ähm, ich habe jetzt auch Stark Oak, weil ich davon einfach sau viel habe. Wirklich unglaublich viel, nachdem ich irgendwo da hinten hinter diesen Bergen da, ähm, einfach bis zum Schwarzwerten, äh, Dark Oak abgebaut, also, äh, abgeholzt habe, ähm, um diese Saplings zu bekommen für unser Nether-Loch-in-der-Decke-Projekt. Ähm, deswegen habe ich das hier benutzt und habe hier jetzt, äh, diese vier Stützen gebaut. Und habe auch hier schon die Verbindungsstreben reingebaut. Jetzt muss ich gerade noch diese, ähm, Seiten-Dinger hochbauen und dann kann ich auch schon anfangen, das hier alles aufzufüllen mit, ähm, mit der eigentlichen Farm. Und was ihr hier schon sehen könnt, diese Aussparung hier, das ist, ähm, wo nachher die, äh, wo nachher praktisch der Abfluss sein wird. Also, wo die ganzen Mopsen runterfallen und dann werden die dieser, diesem Kanal hier nach hier vorne getragen, wo sie dann eben nach unten fallen und dann weiter verarbeitet werden. Okay, soweit mal dazu. Wir sehen uns gleich wieder. Hm, das sieht schon mal nicht schlecht aus, oder? Also, ich finde, das sieht ganz cool aus mit diesem, diesen riesen fetten Stützen aus Dark Oak hier. Oh, ich bin ganz zufrieden, wie das bis jetzt aussieht. Ich habe schon da drüben und hinten dran die Wände mit Stonebrick ausgefüllt. Ich muss jetzt hier gar nur noch die Vorderseite machen und die linke Seite da drüben. Und jetzt schon mal auf der Seite, ja, da ist alles schon verkleidet. Ähm, jetzt direkt überall von dem, was jetzt hier gerade schon steht, werden noch drei Schichten Hard Clay kommen. Den muss ich eigentlich noch sammeln, das heißt, wir werden nachher, nachher mal ein Mesa-Biom aufsuchen, weil wir im Augenblick genau 42 Clay haben, was nicht wirklich viel ist. Aber ansonsten würde ich jetzt mal den Stonebrick-Teil fertigstellen. Und dann können wir vielleicht schon anfangen, ähm, ein Spawning-Pad da einzufügen, bevor wir dann etwas Hard Clay suchen. Also, würde ich mal wieder machen. Okay, ich habe mir jetzt kurz dran gedacht, äh, da ich jetzt hier zu dieser Farm noch gar kein Tutorial gemacht habe, dass ich euch kurz erkläre, wie das Ganze hier funktioniert. Ähm, zunächst mal haben wir diese große Fläche hier, die ist, glaube ich, 35 Blöcke lang oder so. Äh, das ist soweit eigentlich relativ egal, aber 35 Blöcke ist eigentlich eine relativ, relativ gute Zahl. Auf jeden Fall, ähm, platziert ihr, äh, oder macht ihr dieses, dieses ganze Feld einfach 35 Blöcke lang und dann in der Breite macht ihr hier neun Blöcke, dann drei in der Mitte und dann nochmals neun Blöcke, also insgesamt 18, äh, 21 Blöcke in der Breite. Wenn das stimmt überhaupt von der Länge her. Moment, ich muss mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, äh, 28, fern das, glaube ich. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, okay, das war richtig, was ich gesagt habe. Also 35 mal 21 und dann in der Mitte eben diesen, diesen Kanal, der ist drei Blöcke breit und haben jetzt, glaube ich, hier vier Blöcke tief gemacht, also hier in der Höhe vier Blöcke. Okay, ähm, und dann platziert ihr an den Ecken, äh, an Kanten, das ist ja hier am Ende eben, äh, eine ganze Reihe an Blöcken und dann platziert ihr ganz ins Eck einen ganzen Block, dann wieder drei Half-Slaps, dann zwei Blöcke, drei Half-Slaps, zwei Blöcke, drei Half-Slaps bis ganz ins Ende und auf die Blöcke platziert ihr jeweils auch wieder Half-Slaps. Äh, und dann könnt ihr das hier alles ausfüllen, also ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, naja, sieben sind es, glaube ich. Äh, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, genau, also dass ihr hinten zwei Blöcke Platz lasst, ähm, eine Decke hier rein, die könnt ihr komplett ausfüllen, wie da drüben auch, einfach eine komplette, äh, komplette Decke durchziehen, ähm, und das Ganze hier könnt ihr zwei Blöcke hochbauen und damit könnt ihr euren ersten Spawning-Floor bauen und das ist der erste Schritt, das könnt ihr auf beiden Seiten machen. Aber wichtig ist, dass man das Ganze mit Fackeln ausleuchtet, dass hier am Anfang noch keine Mobs spawnen, wenn wir das noch nicht wollen. Ähm, und der nächste Schritt ist dann eben, Redstone und Pistons eins zu bauen. Ich werde jetzt erstmal kurz die Decke hier vorgestellt stellen und dann zeige ich, wie ihr das macht und dann könnt ihr das euch auch mal zusammenbauen, wenn ihr das wollt. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Farm, sehr effizient und auch relativ einfach und schnell zu bauen und, ähm, verbaut dann nicht sehr viele, äh, sehr viele Ressourcen, weil die eben, ja, sehr klein gebaut werden kann und dabei trotzdem sehr, sehr viele Mobs produziert. Allerdings ist der einzige Nachteil an dieser Farm, kann, äh, damit relativ viel Lag produziert werden, weil da dann in gewissen Sequenzen sehr, sehr viel Redstone aktiviert wird und jede Menge Wasser fließt und dann praktisch alles auf einmal abläuft und deswegen, dass dann für gewisse Computer ein bisschen unschön werden kann. Aber, jetzt auf jeden Fall, was sehe ich hier mal wieder meine Fackeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, im nächsten Schritt, ähm, macht ihr hier eine Wand oben drauf, die exakt vier Blöcke hoch ist und die ganze Länge entlang geht. Also, wir haben hier unseren, äh, unsere Decke und da macht ihr einfach nur eins, zwei, drei, vier Blöcke drauf, dass es insgesamt fünf sind und das die ganze Länge durch. Uh, treffe. Okay. Ach, ich finde es immer richtig cool, wenn ihr hier aus der Perspektive das Ganze sieht, wenn ihr beim Sonnenuntergang mit den ganzen Farben und mit den schönen Blumen hier, einfach nicht. Ich kann eben kurz mal schlafen gehen und dann schauen wir uns gleich an, was der nächste Schritt an dem Bauprojekt da oben ist. Zack, da haben wir es. Ähm, ich habe da jetzt gerade noch mal einige Schritte weiter gearbeitet. Dann zeige ich euch gleich mal, wie ihr da noch weitermachen müsst. Falls ihr euch also so eine Farm selber bauen wollt, dann folgt einfach der Anweisung. Okay. Also. Okay, hier oben haben wir es jetzt. Wir haben die beiden Wände hier links und rechts und jetzt geht ihr her und fügt hier außen nochmals das nächste zwei Block hohe Wand hinzu. Einfach zwei Blöcke hoch. Und dann platziert ihr da drüber. Ähm, beginnt von der Seite hier drüben, wo ihr nachher die ganzen Mobs hinfließen lassen wollt. Also, mir geht der ganze Kanal nachher von dort hinten nach dort vorne. Also, das ist die hintere Seite, das ist mir die Vorderseite. Und von der Vorderseite aus zählen, geht jetzt nur zwei Blöcke dann. Dann lasst ihr einen Block frei. Eine Pisten in eure Richtung. Dann drei Blöcke, dann wieder einen Block frei. Und eine Pisten, drei Blöcke, Block frei, Pisten. Und zwei dort bis ganzes Ende. Also, die Wand hier ist vier Blöcke hoch. Und drunter haben wir den Boden. Also, wenn wir das von vorne betrachten, hatten wir hier ja eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke. Und hier drüben habt ihr dann praktisch von unten aus gezählt, eins, zwei, drei, vier Blöcke. Auf dieses Level hier. Vier Blöcke. Und auf diesem vierten Level lasst ihr hier immer den Platz und platziert auch die Pisten. Okay. Und dann macht ihr das so, dass ihr dort überall, wo ihr die Öffnung habt, ein Wasser platziert mit einem Block Abstand, eben, dass das hier dann abgeschnürt werden kann nachher. Dass das Wasser dann hier stoppt und die Pisten ausfährt. Und die Pistons, die könnt ihr auch gleich verkabeln. Und zwar senden wir einfach Redstone von hinterhalb durch diesen Block hier durch zu der Pisten. Dann macht ihr einfach eine Redstone-Line ganz entlang bis ans hintere Ende von eurer Farm. Dann wollen wir nachher hier ein Loch reinmachen. Das geht dann nach oben, wo dann eben die gesamte Steuerung ist. Und ihr könnt dann das hier auch alles abdecken. Komplett abdecken könnt ihr das hier hinten. Könnt ihr frei lassen, könnt einfach hier oben die nächsten Glocke platzieren. Und das hier wird dann praktisch das nächste Spawning-Pad. Ich werde nämlich jetzt in dieser Version hier zwei Stück bauen. Ihr könnt natürlich auch nur ein Spawning-Floor bauen. Aber ich finde, dass es sich sehr anbietet, einfach zwei von denen zu bauen. Auf der anderen Seite machen wir das jetzt nochmal kurz hier. Wir haben hier unsere Verkabelung nämlich installiert. Also einfach hier die Redstone-Line platzieren. Mit einem Block Abstand. Ich glaube zwei Blöcken Abstand von der Wand hier. Dass es genau in der Mitte ist von diesem Raum hier. ganz bis ans vordere Ende der Form. Also das ist das hintere Ende der Form. Und wir gehen ganz nach vorne. Also hier nochmal. Das ist das vordere Ende der Form. Und ich muss noch kurz schauen, dass wir uns hier richtig treffen. Ja genau, hier haben wir immer die Pisten. Also brauchen wir das bloß bis hierher zu machen. Ups. Also immer durch diesen Block durch zu der Pisten hin. Mache ich hier immer schon mal die Blöcke hin. Zack. 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 Und dann natürlich hinten die Blöcke wieder ausmachen. Sieht schöner aus. Und je mehr Luftblöcke, desto effizienter die Form. Deswegen müssen wir auch die ganzen Kram da unten rausstrengen. Da wird die Form noch wesentlich effizienter. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass eure Mob Farm erst rein funktioniert. Alle Höhlen ausleuchten. Ganz, ganz wichtig. An demnächst hier das ganze Redstone Repeater braucht ihr jetzt nicht platzieren. Das können wir nachher am Ende machen. Ähm. Wir müssen wissen, wie lange das Signal eben reicht. Das braucht jetzt noch nicht zu platzieren, dass ihr die nachher so effizient und platzsparend wie möglich platzieren könnt. Gut. Und dann macht ihr es einfach bis dorthin. Und, ähm, dann könnt ihr spaßeshalber... Nein, macht das nicht. Äh. Es müsste jetzt alles funktionieren. Ihr könnt, ähm, einfach mal kurz durchgehen und alles einmal abschnüren hier. Dass das ganze Wasser verschwindet. Dann rennt ihr den ganzen Weg wieder zurück. Ähm. Wartet auch wirklich ab, bis unten das ganze Wasser weg ist. Kann einen kurzen Augenblick dauern. Und sobald das der Fall ist, rennt ihr einfach wieder durch. Nehmt den ganzen Dreck wieder weg. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann sollte das... Dann werden wir uns mal kurz nach unten gehen. Ach Gott. Ich hab irgendeinen Fehler gemacht, weil da fließt es... Ach, da ist ein Dreckglock. Dankeschön. Der muss weg. Aber auf jeden Fall, wenn ihr das alles richtig gemacht habt, dann fließt es genau bis... Nach vorne zur Kante eben. Und auch wirklich keinem Block weiter, ne? Das ist ganz wichtig. Okay. Wunderbar. Das sieht ja schon mal richtig schön aus. Und... Dann können wir mit dem zweiten Spawning-Pad weiter machen. Allerdings müssen wir, glaube ich, davor... Zunächst mal auf Lehm-Suche gehen, weil... Hier oben drauf muss ich jetzt drei Schichten Hard- und Klee platzieren. Und dann können wir wieder machen. Okay. Äh... Äh... Wo sind wir denn jetzt? Äh... Sagen wir es mal so, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hat es hier... Einen sehr, sehr hübschen, schneebedeckten Berg. Äh... Schauen wir mal kurz, wo wir da rüber kommen. Ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Weg ins fern, fern entfernte... Das klein ist blöd. Ins weit, weit weg... Äh... Gelegene Mesa-Biom, das ich, ähm... Mithilfe eines Programms ausfindig gemacht habe. Das ist wirklich verdammt weit draußen. Das hat so viele Jahre gekostet, bis wir das gefunden hätten. Ähm... Das ist auf jeden Fall alles unerkundetes Land. Ich habe mir gedacht, ich gehe da mal über die Oberwelt hin. Wir müssen, äh... Ja, bis... Z-5800, also noch knapp... 4800 Blöcke raus. Ähm... Die X-Corner ist ungefähr die gleiche, wie wir hier gerade haben. Also... In diese Richtung, bis zum... Bis es zu spät ist, sage ich mal. Äh... Auf jeden Fall ist das eine sehr schwierige Landschaft hier. Finde ich echt hübsch. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter in die Richtung. Oh! Verdammt! Uh! Oh, scheiße! Das hätte er richtig böse enden können. Ähm... Ich habe mein Pferd dabei. Ich werde einfach mal so lange jetzt mit dem Pferd weiter reiten, bis wir auf den Ozean stoßen. Oh! Da leckt es ordentlich. Was höchstwahrscheinlich auch, ähm... Der Fall sein wird. Also ich denke nicht, dass wir hier ohne Ozean durchkommen werden. Aber wenn das passiert, würde ich einfach mir die Koordinaten aufschreiben. Und dann einfach mit dem Boot dann von der Küste aus weiterfahren. Ähm... Aber sehen wir mal, wie weit das geht. Hier geht's mal weiter. Hier haben wir einen Wald vor uns. Ich hasse Wälder, was... Was das Reisen mit Pferden anbelangt. Weil das ist immer richtig schwer, durch den... Durch das Unterholzdorf zu kommen. Ja, Mann. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass mir das Pferd nicht drauf geht. Aber auf jeden Fall sehen wir uns wieder, sobald ich wieder was Interessantes gefunden habe. Bis gleich. Oh, es sieht fast so aus, dass wir da eine Village... Ein Village... Ein Dorf auf jeden Fall gefunden. Hat sogar einen Blacksmith. Das ist gut. Oh, da leckt's. Meine Fresse. Ja, gut. Liegt wahrscheinlich daran, dass gerade so viel neues Land generiert wird. Also schauen wir mal hier rein. Oh, meine Fresse. Das ist... Das ist hart. Rennen will ich weg, Pferd. Und... Aha. Oh, ein Sattel. Das haben wir mit. Der Rest ist mir eigentlich egal. Okay. Sonst, was haben wir hier? Ja, eine Bibliothek. Ich glaube, ich nehme da einfach mal die... Na, komm. Ich habe genug Schokolade. Ich glaube, die Bücherregale brauche ich nicht mitnehmen. Ja, nee. Das passt schon. Zeitbücher rein sogar. Das ist interessant. Okay. Was handelt ihr so? Na, Gravel und Emeralds gegen was? Gegen Flint? Nee, danke. Den Flint kann ich mir selber besorgen. Elf Bücher gegen einen Emerald. Na, gut. Jetzt hat er hier 17 Wolle gegen einen Emerald. Na, okay. Gehen wir mal weiter. Ich glaube aber nicht mehr sehr weit, weil wir stoßen hier... Ja, ich glaube, wir sind hier sogar direkt am Ende. Mhm. Ja. Doch. Wir sind hier am Ende. Und so, bei 1800. Also haben wir noch... Äh... Fünf... Nein. 4000 Blöcke zu gehen. Und ich glaube, davon wird der größte Teil per Boot sein. Also, ich glaube, ich gehe nochmal hierher und mache eine kleine Station, wo wir unser Pferd hinterlassen können. Zack. Da kommt unser Pferd rein. Ach, komm. Renn nicht weg. Nein, nein. Hier rein. Wunderbar. Und dann geben wir einfach den ganzen Rest per Boot. Ich glaube, das wird dann auch noch ein bisschen schneller gehen. Über den Ozean werden da wirklich... Das sind auch keine Hindernisse. Das geht meistens eigentlich am schnellsten. Und irgendwie könnte es mir auch so verpassen, ob die Boote mittlerweile auch ein bisschen schneller geworden sind. Ähm, Koordinaten muss ich bitte gleich noch kurz aufschreiben. Und dann begeben wir weiter in die Richtung. Mal sehen, was auf uns zukommt. Und... Ice-Spike voraus. Ice-Spike voraus. Äh... Oder vielleicht auch noch kurz ein Ice-Spikes-Biom. Oh mein Gott. Wir haben ein Ice-Spikes-Biom gefunden. Mmh, yeah. Mesa-Biom. Endlich. Das ist sogar ein bisschen früher drauf getroffen. Das scheint noch ein bisschen weiter hier rüber zu reichen. Auf jeden Fall... Wow, das ist eine echt eindrucksvolle Küste, muss ich schon sagen. Fahren wir mal hier ein bisschen entlang. Was haben wir alles noch finden? Äh, einfach cool. Ja, da können wir auf jeden Fall jede Menge Clay sammeln. Ähm, wir müssen, glaube ich, noch ein Portal einrichten, dass wir hier wieder herkommen. Das können wir im Nether gleich machen. Vielleicht noch in dieser Folge. Wie auch immer. Ja, oh, da oben haben wir auch Bäume. Ich glaube... Ach, Gott. Okay, Boot ist kaputt. Dann gehen wir hier gleich mal an Land. Oh, hallig, hallig, hallig. Oh, schau dir den ganzen Red Sand an. Oh, das ist echt fantastisch. Ja, darauf habe ich jetzt eine lange Zeit gewartet. Gut, dass wir uns das auch endlich mal einsammeln können. Ich glaube, ich mache das einfach mal kurz. Die ganze Schaufel noch kaputt in dem Red Sand. Gut. Dann haben wir eine Menge davon gesammelt. Und ich glaube, dann gehe ich jetzt mal auf die Bergspitze hoch. Oh, das ist ja cool. Ich nehme mal kurz eine Speed Potion. Das sind gerade bei Tagesanbruch noch. Ich habe auch jede Menge Wolle dabei. Das heißt, wir können dann uns auch ein Bett bauen, dass wir noch die ganze Nacht durchabinden können. Dann mache ich, glaube ich, einfach mal ein Inventar voll mit jeder Menge Hard and Clay. Oh, Mann, das ist ja ein Paradies. Uh, ja, ja. Okay. Das kann man dann irgendwie bei all das abbauen. Gibt es jetzt noch irgendwas Cooles zu sehen? Also, was außergewöhnlich cool ist, weil das ist alles schon verdammt cool hier. Ich bin gespannt, ob wir hier vielleicht auch ein Mesa-Brice-Biom finden. Und Bryce ist das Mesa-Biom, in dem sich dann solche ovalen Säulen finden. Oder nicht oval, aber solche komischen Säulen eben. Und, ups, ist das gar nicht im normalen Mesa-Biom? Ah, hier, Mesa-Brice. Ja, genau, das ist es ja. Da ist es normal. Ja, genau, das sind überall diese Säulen. Die finde ich richtig cool. Weil das hier sieht es nicht so schön aus. Sieht das hier noch was aus? Hm. Ja, auf jeden Fall, das kennt ihr diese Säulen. Das gibt es dann in Amerika. Da gibt es ja diese Region, wo die da überall in die Höhe ragen. Ja, ganz genau. Okay. Gut. Dann werde ich mal hergehen. und hier mal einen ganzen Haufen abbauen. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Uh, das ist wie im Paradies. Wenn das da vorne nicht eine Art von Fata Morgana ist, dann ist das da vorne ein Säulen-Biom. Ach, du Scheiße. Säulen-Biom, Säulen-Biom. Ich komme sofort auf den Weg. Ja, das ist ein Säulen- Oh mein Gott, das ist ein Säulen-Biom. Wie schön es hier auch aussieht mit dem ganzen Red Sand. Meine Fresse, schau dir mal das Panorama hier an. Das ist echt hart. Ich muss mal kurz das hier auf 16 Chunks stellen. Meine Fresse, das wird das richtig, richtigen Weitblick hier geben. Warte, lassen wir es mal kurz laden. Oh Mann, das ist ja arschgeil. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass wir es heute noch erleben. Ja, 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 ja. Ja, da hinten lädt alles noch rein. Ich könnte es ein bisschen lagern, weil ich glaube, mir reicht der ganze Prozessor und der Arbeitsspeicher nicht wirklich aus. Aber, mh, das ist herrlich. Ja, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Das hinten ist noch relativ hart abgehackt da am Ende. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Oh Mann, das ist herrlich. Da wollen wir auf jeden Fall Akazienholz mitnehmen. Dass wir das dann, oh, aufpassen. Dass wir dann Akazienholz mitnehmen können und das dann auch zu Hause anbauen können. Oh, schaut's euch an. Yes, 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 yes. Oh, yeah. Okay, da würde ich auf jeden Fall jede Menge mitnehmen. Das möchte ich allerdings nicht länger mit dem ganzen Lag hier verwachen. Ja, das ist leider ein bisschen akut hier. Aber, wenn ich das wieder zurückstelle, soll es wieder relativ gut klappen. Bei 11 Chunks war ich ganz zufrieden. Und das ist ehrlich gesagt auch richtig viel. Auf jeden Fall genug. Okay, ich sammle mal ein bisschen mehr Akazienholz. Wow, leck das hier nochmal. Und noch ein viel, viel mehr Hardenclay. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Rückreise antreten. Okay, mein Inventar ist jetzt voll mit Hardenclay. Zumindest soweit ich jeden Platz hatte. Ich habe auch ein bisschen Akazien-Sapplings mitgenommen. Auch ein bisschen Holz davon. Und ich habe jetzt immer ein Portal aufgebaut. Wir sehen mal, wo uns das hinbringt. Und ich habe hier meine Koordinaten. Äh, no wait. Ziemlich genau hier habe ich die Koordinaten. Ich tue die mal hier rüber schieben. Okay, da haben wir sie. Ähm, dann sehe ich jetzt mal, wo ich da hin muss. Oh. Aha, wir sind... Okay, offensichtlich sind wir an einem neuen Ort rausgekommen. Aha, alles klar. So, wir müssen jetzt, äh, das ganze Portal nach oben verschieben. In die Höhe. Ähm, um genau zu sein, oben eben in die Decke rein. Auf der Höhe von 115. Ich glaube, ich mache das mal schnell. Ich baue mal schnell das hier ab. Und setze es nach oben. Okay. Wir setzen gerade noch den letzten... Die letzten... Das letzte... Auf jeden Fall die letzte Schicht, würde ich mal sagen. Von Hardenclay hier oben drauf. Ähm, insgesamt waren es jetzt übrigens vier. Ich habe gedacht, dass es zwar nur drei anfangs, aber es waren offensichtlich doch vier. Äh, das sollte jetzt, glaube ich, reichen hier. Okay, ja. Also, da haben wir jetzt vier Schichten Cyan, Hardenclay. Äh, da hat es noch oben drauf gesetzt. Ähm, das heißt, ich werde jetzt noch diese Schicht von Spawning Pad abdecken. Und dann kommt noch eine weitere Schicht drauf. Und dann kommt da eben die gesamte Verkabelung und alles weitere in die Decke hier oben mit rein. Also, dann will ich das eben noch mal schnell machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das Dach ist fast fertiggestellt. Ich muss gerade noch das, was hier in der Bindung noch offen ist, was noch relativ viel ist, äh, mit Stone Slabs auskleiden, beziehungsweise überdachen. Ähm, leider habe ich da keine mehr. Deswegen gehen wir uns mal schnell runter. Wo wir dann kurz mit dem Boot eine kleine, eine kleine Rundtour machen. um das Ding. Kann man gerade sehen, wie das so von außen rundherum aussieht. Finde ich, ist ganz schön geworden. Ja, also, natürlich ist es nicht das filigranste Gebilde, aber ich finde, ähm, dass die Stützen auch relativ gut passen. In Proportion zu dem relativ gewaltigen Oberbau. Und hier, aber es ist auch nicht ganz schlecht aus. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was draus machen. Sieht aus wie, fast aus wie so ein Gesicht von hier. Diese riesen Vierbeiner Vieh. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Naja, auf jeden Fall. Da lässt sich vielleicht auch noch was draus machen. Mein Gott, diese neue Bootmechaniken. Da bin ich immer noch nicht dran gewohnt. Naja, okay. Auf jeden Fall, das sind, ähm, die Kabelschächte, wo das Kabel vom oberen Stock in den unteren Stock runter musste. Und jetzt bleibt im Augenblick nur noch so Schritte übrig, in der Mitte Wasser reinzufüllen. Und sobald das getan ist, können wir vorne weiterlegen. Weiter, weiterlegen? Gibt es das Vorto überhaupt nicht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir das heute noch fertig machen wollen. Wir werden noch einen kurzen Blick in den Nether werfen. Ähm, ich hoffe mal, dass man da vielleicht heute noch die letzten paar Bedroh-Blöcke rauskriegt. So, dass wir dann wirklich, bevor das eventuell mal, äh, gefixt wird, dieser Bug, also das ist eigentlich schon ein Bug. Ich weiß nicht, ob sie das fixen in naher Zukunft oder nicht. Auf jeden Fall möchten wir gewappnet sein. Wow. Das hat mich auch, 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 boah, das hat mich aufs Land gebracht. Das ist eine einmalige Erscheinung. Ähm, ja, äh, ich schaue mal, ob wir das heute noch fertig kriegen. Ich möchte das eben so schnell wie möglich fertig kriegen, so dass wir da dieses 5x5-Loch sicher haben. Da haben wir auf jeden Fall genug Platz. Soll das in Zukunft immer noch möglich sein, da können wir natürlich immer noch erweitern, aber ich schätze mal 5x5 ist eine gute Größe, weil da kann man auf jeden Fall einen Aufzug durchbauen und hat auch genug Platz, um es auch ein bisschen schön auszukleiden. Okay. Also, meine Zimmer fertig und dann sehen wir uns im Nether. Okay, wir sind wieder in unserem Nether-Loch. Äh, es waren insgesamt vier Bedrock-Teile, die wir noch beseitigen mussten. Eins, drei. Den vierten habe ich bereits beseitigt. Da war irgendwo hier, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei den letzten Paaren gelangt. Ähm, die können wir alle mit dem einen Baum hier eliminieren, wobei das wahrscheinlich ein paar Versuche brauchen wird. Oh, sorry. Ich weiß immer noch nicht, warum das auch äh, so auch gelaggt. Beim letzten Mal war es nicht so schlimm. Und, Alter. Ich habe den Computer mittlerweile neu gestartet und einige andere Maßnahmen begangen, aber aus irgendeinem Grund klappt es immer noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch ein paar Versuchen hier an diesem Baum dorthin zu bekommen, wo ich ihn hin haben will. Ähm, dazu muss ich mir den Baum eben pflanzen. Dann würde ich die unteren vier abreißen wieder pflanzen und mir und das dann eben so lange machen, bis der Baum nach unten wächst. Und sobald was passiert, kann man dann mit etwas Glück den Bedrock so schüren. Genau, wenn das passiert, dann ist es gut. Jetzt im Augenblick, ja genau, hier ist es runtergewachsen, da hinten ist es runtergewachsen, leider nicht dort, wo der Bedrock sitzt. Ah, man ist nicht sehr schön mit dem Leg, muss ich sagen. Das versaut mir heute die ganze Aufnahme. Okay, aber, ja, ich war das eben jetzt noch, sorry, ich glaube, ich bewege mich jetzt nicht mehr. Ich war das jetzt noch schnell fertig machen und dann war es das gleiche. Okay, ich habe jetzt endgültig genug keine Sidebacks mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Mal ich versucht habe, den hier wegzubekommen. Ihr seht, außenrum überall, wirklich überall, sind die Stämme runtergewachsen, nur genau hierhin nicht. Nur hierhin nicht. Ich glaube, ich muss da als nächstes Mal das dann blockieren, sodass die dann nicht eher hier runterwachsen, weil hier Platz ist. Und ich glaube, die Tests hier haben bewiesen, dass die wirklich rundherum gewachsen sind. Ah, sorry, nochmal so den Lack, nur eben hierhin nicht. Das heißt, ich glaube, ich muss außenrum einfach überall Blöcke platzieren, dass dann die Wahrscheinlichkeit hier weiter erhöht wird. Bzw. es kann sogar sein, dass die hier wirklich gar nicht hinwachsen können, weil die einfach die ganzen anderen Spots außenrum nehmen. Das bedeutet, adieu. Weg mit diesem Baum hier, da ist so viel Holz jetzt mit leider gewachsen, da jedes Mal noch viel mehr hinzugefügt wird. Aber naja, okay. So wie dazu. Und ich hoffe, dass ich das bis zum nächsten Mal dann vollends fertig bekomme. Und ansonsten würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, wie üblich. Dahin geht man in Flindlstil. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, nicht vergessen, einen Kommentar und eine Bewertung zu hinterlassen. Darüber freue ich mich immer riesig. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, nochmals viel Spaß. Haut rein und tschüss.